Hab ich! Easy! Wirkt bei 75 noch. Knocked. Einer knockt. Adolf Hitler ist dabei. Oh Loll! Einer knockt. Moin liebe Freunde, was geht ab und willkommen zum neuen Video. Heute habe ich wieder etwas sehr schönes vor euch vorbereitet, denn ich habe mit ein paar Jungs zusammen gespielt, die normalerweise so ein bisschen um die deutsche Meisterschaft in PUBG spielen, auf Legends Arena. Gestern haben wir nicht um die Meisterschaft gespielt, aber wir haben ein historisches Ereignis quasi stattfinden lassen. Habt ihr wahrscheinlich schon am Titel gelesen, wird also ziemlich, ziemlich witzig und aufbrausend. Wenn es euch am Ende gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und jetzt viel Spaß. Why not? Let's go. Mein Tier 3 war so. Hinter mir. Einer. Oh, einer kommt bei mir mit rein. Zu oben. Digga, was machst du? Ich habe das Ding nicht gesehen. Er ist oben. Er hat keine Waffe. Er hat keine Waffe. Er hat keine Waffe. Oh, Grip. Leck. Der schlägt dich kaputt. Alter. Ich dachte, das wäre der Dude. Ich sag noch, ich chase ihn erst oben, bin auf der Treppe. Ja. Alter. Schild happens. So, die haut wieder einen raus. Ich denk mir, wie schießt der mir denn jetzt in den Rücken? Nice made. Ich schlippe. Nein. Du bist ein Plepp. Wow. Junge, dieses Bike ist einfach nur RIP. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wir können auch immer ein bisschen außen spielen. Das ist egal. Dann können wir hier spielen oder so. Jetzt dich da hinten mit ruhig rein. Bitte? Adolf Hitler ist dabei. So. Am besten nicht Jake ist, weil wenn er nockt ist, ist er RIP. Tim, komm mal mit, wir haben nur ein Fahrzeug gescheitert. Wenn ihr nockt seid, seid ihr auch RIP, wenn wir nicht so weit kommen. Ja, okay. Aber du bist halt insta. Dich kann man noch retten. Ich seh die jetzt schon von dem Namen her so. Siehst du einen so einen kleinen Aufschwung? Flip. Bei der Downhill. Tim. Direkt auf dem Field. Downhill war der. Ich glaub wir werden vom Hill andere Seite beschossen. Das ist Südwesten. Ja, das ist definitiv Südwesten. Das ist aus dem Wald. Einer hat Mini-Hit. Auch einer hat Car-Hit. Ein-Hit. Feiernde Roll. Was hitten die denn? Schatz, Misty. In dem Baum. Einen Hilt noch. Jetzt werde ich wieder angeschossen. Pass auf, ich... Ich seh ihn mit dem Motorrad, ne? Wo ist der 280? Ja, ich seh ihn. Das Westen. Gehen zu den Yellows? Ja. Einen Hilt, Mann. Geht auch. Dann werden wir hinter uns. Und wo? Ich seh ihn mit dem Motorrad, ne? Die sind in dem Haus, wo Geld markiert ist. Die müssen oben, die müssen oben. Die müssen oben. Einer ist direkt in der Blue. Hochstück in Richtung. Die haben alle Loader auf dem Spiel. Hast du den neuer Blue? Nee, nee, noch nicht. Einen Locked. Los, los, los. Noch einer auch Locked. Einer läuft im Blauen, im Blauen, im Blauen. Hinter mir. Ich seh ihn, ich seh ihn. Blau Down. Vor mir ist einer mit ner AWP. Direkt vor mir. Zwei Dropwaffen, bei mir. Tempo. Über mir. Ja, ich heile. Nocks. Noch einer. Du kommst hin, sodass du es blocken kannst. Norden, Norden noch irgendwo. Ja, bei mir. Hab direkt vor mir. Lauf von hinten weg. Richtung Blue. Yellows. Oh fuck, die ist abgeprallt, Alter. Bei mir. Junge. Bei mir M249. Vor mir direkt. Den Aiden, den Aiden. Im Haus. Ja, ich bleib hier am Stein. Ich bin hier gut stehen. Okay. Auf mir auf. AWM und M249 ist da. Ich kann nicht mehr peaken. Habe direkt auf mich werfen. Wenn du kannst. Über dir ist noch frei. Okay. Einer pusht mich. Gernockt. Jetzt headshot. Der push weiter. Check down. Rechte Seite. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Tu mir leid. Rechts. Rechts. Okay. Rechts kann nichts mehr kommen. Ich bin bei euch. Ich muss recht move'n. Zone ist da. Links wird auch nichts mehr kommen, Leute. Ich sehe einen. Einer hitted. Von euch aus. Halt. Der wurde hinten genockt. Ja. Einer noch. Zwei noch. Der Aiden. M24. Du blibst noch. Ui. Beide da. Vor mir low. Ich hab voll veraimt. Die pushen hoch. Die finishen mich. Beide einer blue. Er hat ein M24 aufpassen. Beide low. Ist der ein? Einer hitted. Mhm. Der ist jetzt dahinter. Ja. Rechts kriegst du einen Winkel drauf. Zweimal. Drei jetzt. Ja. Er hat keine Westen mehr. Ich hab neun starten. Macht hier noch rum. Ist wieder dahinter. Er knocked. Adolf Hitler ist down. Ich hab Adolf Hitler getötet. Nice. Ich seh den letzten. Der letzte links davon. Ist einmal hitted. An der Smoke. Nochmal hitted am Helm. Ja. Bin ich, sag mal, sein AID. Da kann ich nicht mehr kommen, wo ihr seid. Ich muss Adolf Hitler töten. Ja, der liegt der Kabel da vorne. Adolf Hitler ist down. Gibst du Mr. Pressing Fire? Ja, da ist schon. Der letzte Schuss. Jetzt ist es um P-Style. Links an der Smoke. Das fängt schon raus. In der Smoke. Sehen. Geht zurück in deine Richtung. Oh oh. Da war noch ein Hit übrig. Oh. GG. Ihr kennt meinen Namen bei Twitch. Wenn ihr es sehen wollt. Jetzt live. Tschüss Koss. Nein, ich zieh mich nicht. Das lustig sieht aus. Das war ja auch gerade abgemacht. Also das sieht Dauer. Hinter uns fliegen einige mit. Wir müssen direkt in die ersten Hallen. Und die wegballern. Zwei Teams. Eins relativ westlich. Ähm. Hier hinten ist Backstelle. Brauche ich noch ein Extended Mac. Oh, ein Acker. Werde dich unterstützen, wo ich kann. Ich gehe mal ins nächste. Oh. Hier kommt ein Auto an. Oh. Oh, Junge. V12. Äh, nein, nein, nein. Warte, 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 warte. Ja, mach ruhig. Haha. Dankeschön dafür. Where they at? Bei mir auf dem Dach. Hier kommt noch ein Auto. Bei mir am Haus auf dem Dach. Auf dem Dach. Okay. Uh. Ausgestiegen. Mit deinem kleinen Pfeil landen bei dir. Kobe. Was? Der wusste ja gar nicht mehr, wie ihm geschieht. Ich brauche auf jeden Fall. Kannst du Fünfer-Money drin lassen, Tim. Ich habe nur drei Schüsse noch. Äh, ja. Hier. Nice. Arena irgendwo. Ja, ich seh'n. Ich bin auch genockt. Ich bin auch genockt. Ich bin auch genockt. Ich bin auch genockt. Und down. Da drüber. Äh, ich hab'n zweifach, ja. Warte, ich krieg dir ne Sanitasche ganz allein direkt neben. Hier. Gibt's besser. Äh, hier. Zweier liegt. Wo ist der, wo ist der, äh, gedaunte? Der müsste vor dir irgendwo direkt liegen. An dem bossigen Auto oder so. Den Wellen war er. Vor mir. Down. Auf jeden Fall. Denkst du... Owww. Du Maschine! Ich hab' meinen Kill nicht bekommen, aber den natürlich noch. Jetzt hab ich meinen Kill nicht bekommen. Oh, das war meiner! Nö. Oder noch? War das der letzte? Ja ja. Das war okay. Der Stein hier bei 2.30. Und die? Ihr facht genau auf die 2.30. Wo. Das war aber knapp! Komm, Peek. Wo schießen die denn hier rechts? Ah, da wo ich jetzt gerade drauf gefaure. Der blaue. Da ist auch ein Kompond, ja da ist auch was. Da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. So, da haben wir eine Crossfahrt durch Street. Auf 255. Zum Kompond, zum Kompond. Der war knapp. Aber zu weit. Nein, das ist scheiße im Sichtzimmer, ich mag ihn nicht mehr. Kriegen noch Schüsse, aussieht... Close, oder? Oh, lol! Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich bin free, also ich bin sicher. Jakos geht relativ schnell down, müsste jetzt geholt werden. Timbo, du bist alles alleine, du hast keine Cover. Den hast du noch nicht... Nee. Wo ist der? Ich brauche mir jetzt an. Ist schon, ist schon, ist schon. Ist klar, dass ich wieder sterbe dabei, ne? Haben gerade schon gekillt. Also hier sind, ja, drei Leute. Die gehen über hinten, wollen jetzt über den Berg weg. Einer hilft. Nice. Noch was? Einen lockt, einen lockt. Einer läuft hoch und spiel. Einer vor uns im Kompon. Einer da und rechts. Einer, da, down. Noch einer, da sind zwei Leute. Noch 15, die da laufen. Nach unten gerade. Einer, zwei. Einer hittert. Down. Down. Ich mach Leute unten im Kompon, die müssen wir raus. Ja, der lauf immer noch im... Im blauen. Komplett. Eins, Gott, normal. Einer, rechts. Einer, genau. Ja, ich seh. Nehmen, da ist auch immer noch einer. Oh, ich werde angeschossen. Ah, aus dem Haus. Oh, ich treffe gerade gar eins mit der K. Ah, ich hole dich, ich hole dich, ich hole dich. Links von uns ist ein Jeep angekommen, ne? Links von uns ist ein Jeep angekommen. Keine Ahnung, die könnten von hinten kommen. Denk dran. Die werden wahrscheinlich sogar von hinten kommen. Ich fände ich mir so krass fighten. Kannst du hinter uns upscoppen, bitte? Ich hab keine Vision. Die müssen unten auf... Einer knock. Uh, bist du gut. Ich guck jetzt hinter uns, ne? Ich versuch da zu spotten. Äh, die Zone moved. Ich weiß nicht, ob ihr hinter die kommt. Ich komm hinter die, ich komm noch hinter die. Ich, mich. Uh, wie close. Deckers, wo sind die reingemoocht? Boah, perfekt. Ich glaub, die sind downhill, oder? Ja, downhill, bei mir. Ja, downhill. Boah, das ist perfekt. Dann hast du auch Zeit, da. Ich glaub, du kannst sogar noch ein bisschen mehr Raum einnehmen. Ja, ich glaub auch. Die alle unten gehört. Die können da eigentlich noch nicht mehr hochkommen. Vielleicht am Auto, oder links, oder? Einer, der ist vor mir. Jakos ist raus. Vor mir, einer low. Vielleicht hätte wieder Internet disconnect. Ja. Rechts Signate. Ja, ich hab versucht. Der rennt hoch. Einmal rechts Signate. Bei mir ist einer. Warte mal, vielleicht krieg ich den. Tim hat ihn, glaub ich. Nein, der hat einen low. Nein. Hätte die Nate getroffen? Nein, die war zwei. So, liebe Freunde, das war's mit dem Video von heute. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Anschauen, wie ich beim Spielen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, ob ihr das mir zeigt. Yo, ich möchte bitte mehr davon. Gerne auch abonnieren. Hilft mir ungemein. Gerne auch die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Mein Livestream, wie immer, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie alles andere auch. Twitter, Instagram. Ihr kennt den Homburg. Und jetzt könnt ihr noch hier vorbeischauen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Wir sehen uns morgen mit einem neuen Video. Haut rein. Euer Buddy. Bis zum nächsten Mal.